Musik Musik Die machen gerade nichts. Oder er hat auch keine Lust zu channeln. Nein, er ist dort lieber Items in Barrels. Okay. Und ganz ehrlich, so viele Knochen wie wir haben. Wo ist mein Crafts Dwarfs Workshop? Machen wir einfach Bone Crafts bis zur Vergasung. Ich finde es nämlich interessant, dass wir Knochen nicht in... Kisten packen können. Ich bin ein paar Mal. 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 Die hier halten gerade wieder ein Meeting ab. Hier wird gebeten. Also man sieht, die Laune hebt sich ganz langsam. Ich bin ein paar Mal. 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 Musik Okay, das sind nur Vögel, die da gerade angeflogen kommen Also Chaos Musik Ach komm, wir müssen doch genug Plans haben Also ganz ehrlich, das hat Früher auch besser funktioniert, also In der alten Version So, jetzt können wir Bitte sagen, dass sie Das hier Fertig ausgraben sollen Gucken wir mal kurz Nach unserer Work-Ordung Musik Nur Aufentscheidung Okay Gucken wir mal als nächstes Fangen wir schon mal an Eine Mauer drüber rumzubauen Okay, ich gebe noch Work-Blocks in Hauf 20 Mal Das dürfte reichen Kann aber schon mal anfangen Die Mauer zu bauen Was heißt Das ist zu close to edge Ich darf Hier keine Mauer bauen Mehr hat sich das ausgedacht Das habe ich gar nicht in Erinnerung Okay Planänderung Planänderung Ähm Channel das mal weg Das hier kann ich leider nicht einfach füllen Also ich kann von hier bis hier bauen Eine Wand Und aus Schalt-Blocks So So viel Zeug Das ich gar nicht mehr richtig in Erinnerung Habe Doch Skins Warum werden die hier draußen eigentlich gelagert Hm Skull-Bones Shells Tief Warns Herr Wun Sie kommen angefangen an die Mauer zu bauen. Was mache ich jetzt hiermit? Na, das lasse ich dann einfach so. Da sehe ich, kann ich das nicht irgendwie wieder auffüllen? Okay. 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 So lernen wir aber fürs nächste vor und das wird irgendwann kommen. Mal gucken, vielleicht werde ich einfach mit dem nächsten Update was kommen wird, weil es ist schon angekündigt und da sollen ein paar gute Veränderungen dabei mit rumkommen. Unter anderem halt ein richtiges Nachrichtenmenü. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020